Wie waren die Herrschaftsstrukturen im alten Arabien? Um 700 n. Chr. herrschten die Araber über etwa 60 Millionen Menschen. An der Spitze der Reiche stand ein Kalif. Es gab aber oft heftigen Streit darüber, wer der rechtmäßige Herrscher sei. Gleich darunter kamen die Gouverneure der Provinzen, die vor allem Steuern eintrieben. Muslime zahlten nur eine Sozialabgabe, nicht Muslime auch Sondersteuern. Dafür wurden sie zu ZIMI, Schutzbefohlenen. Verwaltet wurden die Einnahmen von Finanzbehörden, DIWAN genannt. Sie verteilten auch die Steuern. Europäer nennen heute noch eine Art Polsterbank, die oft in diesen Büros stand, DIWAN. im Apps Malverte Behind the Netz Maast Year Tisch Untertitelung des ZDF, 2020